Golf, ein Schönwettersport? Beim Deutsche Bank Invitational in Silverplaner bei St. Moritz belehren uns knapp 30 hartgesottene Teilnehmer eines Besseren. Die widrigen Verhältnisse sind aber weder für Spieler noch Veranstalter ein Problem. Das mit dem Thema Schneegolf ist eigentlich fast eine bestimmte Art von Logik. Viele Golferinnen und Golfer sind auch hervorragende Skiläufer und Wintersportler. Und wir haben dann gedacht, es gibt hier in Silverplaner eine schöne Tradition mit dem Schneegolf. Das ist ein Neunlochplatz, der hier angerichtet ist, direkt am See entlang. Und jetzt haben wir halt die Schwierigkeit in diesem Jahr mit den extremen Wetterschwankungen. Aber jetzt haben wir gerade uns entschlossen, dass wir auf jeden Fall vier Bahnen spielen. Hier direkt um das Sportzentrum herum. Und unsere Kunden und Gäste, die haben halt deswegen sehr viel Spaß, weil es etwas Ungewöhnliches ist. Golf ist ein Natursport, der Schnee ist ja Teil auch der Natur und diese hervorragende Landschaft hier. Jetzt, wie gesagt, wir müssen mit dem Wetter zurechtkommen, aber ich denke, wir werden nachher viel Spaß haben. Eine zusätzliche Portion Spaß garantieren zwei besondere Gäste. Lokalmatadorin Caroline Rumminger und LIT-Veteranin Elisabeth Esthal, die eigentlich wärmere Temperaturen gewohnt ist. Normalerweise bin ich in Dubai, da ist es normalerweise 30 Grad hier. Und das letzte Mal, wo ich einen Schläger in der Hand gehabt habe, mit kurzer Hose und T-Shirt. Das waren ungefähr sechs Schichten weniger und mal schauen. Aber der Aufschwung wird ganz schnell kurz, wenn man so viel an hat. Und es ist halt ganz was anderes, ganz was Neues. Das Ähnlichste, wo ich so gespielt habe, ist Sandgolf. Der Untergrund ist auch ähnlich, sage ich mal. Aber Schneegolf ist natürlich ganz was anderes und freue mich schon drauf. Gerade jetzt, wo Liesl Esthal auch hier ist, war eine gute Freundin auf der Tour. Ich spiele immer nur auf grünem Unterlag. Jetzt ihr mal zeigen, wie man auf Schnee spielt. Das macht sehr viel Spaß. Und auch die Leute, die hier hinkommen, das geht einfach darum, dass wir Spaß haben. Schneesturm hin oder her. Wer sich mit den Proetten messen will, hat keine Ausreden. Elisabeth Esthal legt beim Beat the Pro Wettbewerb an der 1 vor. Und die Gäste nehmen den Kampf auf. Vor allem gegen die Natur. Da können ein paar Profi-Tipps für Golf unter schwierigen Bedingungen nicht schaden. Man muss einfach das Umfeld ausschalten und dann einfach sagen, okay, von hier möchte ich von A nach B. Ich stelle mir den Schlag vor, wie ich den sehen möchte oder wie ich den schlagen will. Und dann eigentlich den Rest ausblockieren. Weil wenn ich zu viele Gedanken im Kopf habe, dann wird es natürlich schwierig. Und dann wird die Situation, macht man sich noch schwieriger, wie es eigentlich ist. Man muss vor allem einfach positiv rangehen. Das ist das Wichtigste. Weil wenn man schon hier hinkommt und sagt, oh nein, es ist kalt und es schneit. Ich meine, wir spielen ja Wintergolf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch mal schneit. Und ich glaube positiv, das ist das Wichtigste. Weil wenn man mit einem negativen Gefühl rangeht, dann spielt man schlecht. Wenn man ein, zwei schlechte Schläge gemacht hat, dann zieht einem das richtig runter. Und das ist eigentlich das Gleiche, ob man auf grün oder auf weiß spielt. Es ist einfach wichtig, dass man positiv ist. Angesichts solcher Bilder möchte man fast ein wenig zweifeln, ob alle Teilnehmer bis zum Ende positiv gestimmt sind. Am nötigen Anreiz fehlt es definitiv nicht. Den Siegern winken wie in jedem Jahr attraktive Preise. Die Deutsche Bank Invitational Turnierserie 2012 ist die 13. Ausgabe dieser Turnierserie. Wir haben ungefähr 50, 53 Anmeldungen von Filialen aus ganz Europa. Das ist insofern nochmal ganz spannend, weil es ist ja die Idee, dass wir ein Scramble-Turnier spielen. Und dass wir dort immer auch den Teamgedanken mit befördern, die Kommunikation mit befördern. Und das macht zwischen den Bankern und den Kunden sehr viel Sinn. Die Kunden haben sehr viel Spaß dabei, weil es geht auch um was. Es geht nämlich um die Frage der Einladung hin dann zum Finale. Und das Finale wird ausgespielt auf dem Platz der Deutschen Bankgutkarten am letzten Septemberwochenende dieses Jahres. In Hamburg brauchen die Sieger der Invitational-Serie dann höchstens einen Regenschirm. Der wäre in Silver Plana wohl in kürzester Zeit himmelwärts geflogen. Wahre Golfer lassen sich aber auch von Schneestürmen nicht unterkriegen. Und so dürfen sich am Ende des Tages zwei Teilnehmer als Sieger feiern lassen. Gemeinsam mit den anderen Gästen nehmen sie unvergessliche Erinnerungen an ein verschneites Wochenende mit nach Hause. Und kommen sicher gerne wieder zum Schneegolf in die Schweizer Berge.